Ubisoft dürfte vielen Spielern ein Begriff sein. Das Unternehmen aus Frankreich, das hat mittlerweile nicht nur einige Spiele auf den Markt gebracht, sondern auch ganze Reihen, wie zum Beispiel die Siedler oder die Arno-Reihe. Also da gibt es ein sehr, sehr großes Angebot. Zunehmend fällt jedoch auf, wie Ubisoft spielen den Stecker zieht. Der aktuelle Vorfall hier, der hat bereits im Dezember 23 begonnen. Da wurde der Verkauf von The Crew, das ist so ein Autorennenspiel mit Mehrspielermodus und Online-Funktion, der wurde erst eingestellt. Dazu gab es dann eine Ankündigung auf Nachfrage erst, also nicht proaktiv, dass man das Spiel einstellt, der Verkauf wird eingestellt. Die Spiele-Server, die sollen dann auch im April 24 abgeschaltet werden, sodass man zu diesem Zeitpunkt noch dreieinhalb Monate etwa Zeit hatte, das Spiel zu spielen. Es kam auch heraus, dass hier noch ein weiteres Spiel betroffen ist, nämlich Assassin's Creed. Das ist eine Spielreihe und hier gibt es sogar vier Titel, die abgeschaltet werden. Schon einen Monat vorher wurde das hier bekannt, also hier reden wir jetzt insgesamt von fünf Spielen, die in diesem kurzen Zeitraum von zwei Monaten abgeschaltet werden sollen. Das Spiel erschien 2014, hatte also eine Lebensdauer von ungefähr zehn Jahren, wobei das immer darauf ankommt, wann man es gekauft hat. Schon seit längerem ist es ja so, dass Spiele zum Release eine schlechte Qualität aufweisen und auch eben ziemlich teurer sind. Da kommen zwei Faktoren zusammen, weswegen viele sagen, nee, da bin ich nicht bereit, das zum Vollpreis zu kaufen, sondern warte einige Zeit, bis ich es dann günstiger bekomme und bis auch das Spiel ausgereifter ist. Also da kann es jetzt theoretisch sein, jemand hat das Spiel hier zum Beispiel Mitte 23 gekauft, der hat dann eben bloß irgendwie ein knappes Jahr das Ganze nutzen können. Jetzt kann man sagen, naja gut, die Online-Funktion, das ist irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar, dass man dieses Server nicht ewig laufen lässt. Man kann das Spiel aber immerhin ja noch normal im Missionsmodus spielen. Das ist hier allerdings anders. Hier wird vom Spielesterben gesprochen und das nicht ohne Grund, denn hier soll das Ganze komplett abgeschaltet worden sein. Es wird aus den Stores entfernt, aus den Bibliotheken wird es entfernt. Man kann es dann komplett nicht mehr spielen. Das wurde auch hier jetzt mit einer Sammelklage versucht zu adressieren, dass man dagegen vorgeht, weil man hier das Spiel gekauft hat. Das ist kein Abo, kein Mietmodell, kein nichts. Das wurde zum vollen Preis oder zu dem Preis, der eben da ausgezeichnet war, gekauft und damit hat man ja die Nutzungslizenz dafür. Hier auf Reddit hat ein Betroffener seinem Ärger Luft gemacht. Da könnt ihr sehen, das ist ein Screenshot von seiner Bibliothek. In dem Uplay-Client, da hat er das Spiel gekauft, aber hier kommt eine Fehlermeldung. Du hast keinen Zugriff mehr auf dieses Spiel und schau doch mal in den Store, ob du da nicht andere Abenteuer findest. Also auf gut Deutsch, du kannst das nicht mehr spielen. Kauf doch ein anderes Spiel, zum Beispiel die Nachfolgetitel. Man kann das Spiel also nicht mehr kaufen. Die, die es gekauft haben, die können es auch nicht mehr herunterladen. Es gibt bloß noch die Installation, die man eben auf dem Computer davor durchgeführt hat. Hier sieht man es auch nochmal. Das wurde hier als inaktives Spiel verschoben und als inaktives Spiel kann man das eben nicht mehr herunterladen. Das ist durchaus brisant und eine neue Qualität. Das Spiel hat nämlich einen Einzelspielermodus. Also man kann sich hier entscheiden, möchte man eine Kampagne durchspielen, also eine Geschichte, mal Story-Modus heißt das Ganze, oder eben diesen Mehrspielermodus. Nur dieser Mehrspieler-Server wurde abgeschaltet. Rein theoretisch könnte man also diesen Einzelspielermodus weiterspielen. Hier steht es auch, das ist ein Artikel aus dem Jahr 2013, also kurz vor dem Erscheinen, dass Ubisoft hier also hergeht und das Spiel komplett unbrauchbar macht. Wie man es hier sieht, also nicht mehr runterladbar, nicht mehr startbar. Das ist also nicht zu begründen mit der Abschaltung von diesen Online-Servern. Das ist eher firmenpolitisch. Und natürlich bedenklich, weil die Leute haben das Spiel, wie gesagt, gekauft. Also die haben, wie man sich das jetzt analog vorstellt, eine CD, eine DVD gekauft und bekommen jetzt eben das Ganze nicht mehr, als würde jetzt Ubisoft zu einem nach Hause gehen, klopfen und sagen, bitte die CDs und DVDs zurückgeben, dann sind die weg. Wer sich denkt, das ist ja furchtbar, wie sind wir da bloß hingekommen? Da macht ein Blick in die Geschichte vieles klar. Der Anfang vom Ende ist im Grunde der Online-Zwang. Der hat so in den 2010er Jahren am Anfang davon begonnen. Ubisoft machte den Anfang im März 2010 und hat zwei Dinge verpflichtend eingeführt. Erstens muss man einen Account anlegen. Man hat hier Account-Pflicht. Das heißt, man legt dort ein Konto an, muss dann sein Spiel mit diesem Konto fest verknüpfen. Dann ist das nicht mehr unabhängig davon nutzbar. Das zweite Thema ist ein sehr strikter Kopierschutz, der einen Online-Zwang erzwingt. Das heißt, dieses Spiel muss immer eine Verbindung mit den Servern von Ubisoft herstellen können. Sobald das nicht möglich ist, zum Beispiel Internetausfall oder ähnliches, dann wird das Spiel beendet. Man kann nicht weiterspielen. Das folgte, nachdem jeder, der was auf sich hielt, einen eigenen Launch herausgebracht hat. Auch hier war Ubisoft ziemlich am Anfang mit dabei mit Uplay. Mittlerweile heißt es anscheinend Ubisoft Connect. Auch das ist das gleiche Spiel. Man hat eben nochmal eine Software vom Anbieter, die man sich hier installieren muss, wo man sich einloggen muss. Da hat man dann, sieht man hier weiter unten auch, eine Bibliothek mit den ganzen Spielen. Die hängen aber alle an diesem Account und an diesem Programm. Natürlich sieht man hier, das wird dem Kunde als super Vorteil verkauft. Man hat alles überall an jedem PC, an jedem Gerät. Aber die Schattenseite von dem hier ist zum Beispiel, man kann keine Spiele mehr gebraucht verkaufen. Hier ist ein Artikel von 2012. Schon damals hat man diese Gefahr gesehen, dass hier zum Beispiel gerade Jugendliche, wenn sie ein Spiel durchgespielt haben, nicht sagen können, ich verkaufe das jetzt, kriege vielleicht noch 20 Euro oder 30 Euro, habe dann schon mal Startkapital fürs nächste Spiel. Das geht nicht, weil das Ganze ja hier mit meinem Online-Konto verknüpft ist. Also habe ich die Möglichkeit, das zu verkaufen, aufgegeben. Das schafft eine Abhängigkeit von diesen Launchern, wohin das führen kann, haben wir bei Microsoft gesehen. Da gab es nämlich auch bei denen mal einen eigenen Games for Windows Live. Der wurde im Juli 2014 eingestellt. Da hingen damals auch einige Spiele mit dran. Hier Age of Empires und GTA waren mit dabei. Also einige größere Titel, die dann eben nur diesen Launchern nicht mehr starteten. Bei den größeren, GTA 4 zum Beispiel, da hat man das Ganze offline genommen, hat das Spiel angepasst und dann auf den eigenen Launcher umgemünzt. Also wieder keine Freiheit für die Nutzer, aber zumindest war dieser nicht mehr unterstützte, war dann raus. Das war, glaube ich, bei größeren Titeln rentabel. Bei kleineren wird das vermutlich nicht überall der Fall gewesen sein. Dieser Online-Zwang, der ist die Grundlage für ein ungleiches Verhältnis. Jetzt hat nämlich der Publisher das Unternehmen hier wesentlich mehr Macht über euch. Das kann per Knopfdruck sagen, ihr dürft spielen. Ihr dürft nicht. Natürlich immer unter dem Deckmantel von Kopierschutz und Komfort. Aber auch hier wissen wir ja schon, da gab es schon einige Fälle, wo der Kopierschutz dann den Leuten, die es gekauft haben, Probleme gemacht hat. Da war man also als ehrlicher Käufer der Dumme. Spannend ist auch, hier in einem Artikel aus 2010, da hat man sich auch schon die Frage gestellt, was passiert mit Spielen, wenn eben diese Server nicht mehr vorhanden sind, weil das ist ja eben das Risiko von der Abhängigkeit. Hier gab es ein Interview, da hat ein Ubisoft-Mitarbeiter gesagt, also erst mal, wenn die Server abgeschaltet werden müssten, das sei nicht der Plan, also hat man auch noch mal relativiert und gesagt, nee, die sollen tatsächlich dauerhaft laufen, dann bringen wir einfach ein Patch heraus, damit das Spiel zumindest im Einzelspieler-Modus weiterhin spielbar ist, ohne diese Internet-Server. Aus dem Interview hier ist das heraus, vom Jahr 2010. Jetzt haben wir 2024 und die Lage sieht leider ganz anders aus. Hier zum Beispiel ein Artikel vom Januar 2024, also auch nicht lange her. Alleine zum 25. Januar wurden 10 Spiele komplett abgeschaltet. Das sieht doch irgendwie ein bisschen anders aus wie die Erklärung, ja, wir machen da halt einen Patch. Nein, das ist hier bei denen mittlerweile normal, dass man Spiele ein paar Jahre lang betreibt. Dann gehen die Server offline. Das ist also keineswegs ein Einzelfall, sondern das ist mehr die Regel. Electronic Arts ist ein anderer großer Spielehersteller. Der hat hier sogar in seiner eigenen Webseite eine Seite, wo er listet, hier Online-Services Shutdown, also Spiele, bei denen diese Online-Funktion abgestellt wurde. Die ist beachtlich lang, wenn man die mal so überfliegt. Da sind neuere drin, 2020 auch ältere Titel, wo man halt irgendwann sagt, da ziehen wir den Stecker. Hier auch ein aktuellerer. Ihr seht also, das ist ein grundsätzliches Problem. Das wird jetzt gerade am Beispiel von Ubisoft deutlich. Aber auch hier ist eben das Thema bei allem, was online entweder nur angeboten wird oder auch in Online-Zwang hat. Es gibt ja auch Spiele, die kamen dann zu einer Übergangszeit auf DVD, auf CD, haben aber trotzdem diese Online-Aktivierung vorausgesetzt. Die sind auf Dauer verloren. Also bei den analogen Spielen auf CD, DVD, auf den physischen Medien, die hat noch jemand vielleicht zu Hause, der könnte sie ins Innenarchiv hochladen, dass man die, falls urheberrechtlich möglich, auch da noch anbietet, was schon schwierig ist. Aber hier, da ist das Ganze kein Thema mehr. Die Spiele werden auf den Markt gebracht. Ein paar Jahre lang sind die verfügbar. Irgendwann sagen die Hersteller, wir stellen die Unterstützung ein, wird abgeschaltet. Und dank Online-Zwang sind die Spiele dann wirklich komplett aus dem Verkehr. Der Gebrauchtmarkt, der ist ja eh schon seit einer Weile komplett lahmgelegt. Das habe ich ja schon mal gezeigt. Also das ist von Vorteil für die Industrie, die ja möglichst neu verkaufen möchte und solche Gebrauchtmarkt-Geschichten eher nicht so gerne sieht. Ubisoft hat die Versprechen also nicht gehalten. Dort sieht man Spiele eher so als Einwegware, die man nach einem Zoll einfach abschaltet und dann kein Geld mehr damit verschwendet, irgendwie hier den Online-Zwang zu entfernen oder gar den Quellcode öffentlich zu machen. Da könnte man eben diese Server-Infrastruktur auch weiter betreiben. Mal kurz fürs Protokoll, wir scheißen voll auf euch. Damit sind sie in guter Gesellschaft. Ich habe letztens hier mal einen Beitrag und wieder zu gemacht zu Gigaset. Da ist ein riesen Smart Home-Ökosystem beerdigt worden. Da ist auch alles Cloud-Zwang. Alles braucht eben die Verbindung zu den Servern. Die wurde hier mit 5-6 Tagen Vorlaufzeit abgeschaltet. Das heißt, die Leute, die da jetzt hunderte Euro ausgegeben haben, die können ihre Geräte in den Elektroschrott schmeißen. Bei diesem Cloud-Zwang sind die Communities auch immer relativ machtlos. Hier hatten wir das auch mit Home Assistant. Da fehlt eben das Ganze, wie man das nachbauen kann. Das ist ja meist auch eine rechtliche Grauzone. Es gibt manchmal Sachen, wo das klappt. Hier zum Beispiel bei so ganz großen Titeln wie GTA. Da haben Leute aus der Community die Server-Infrastruktur teilweise selber eingebaut. Hier ältere Titel, wo es die noch gar nicht gab. Teilweise findet man da auch selbst Möglichkeiten, wie man das nachbauen kann. Das ist aber immer rechtlich schwierig. Grauzone bis illegal. Es ist ein Haufen Aufwand. Und dementsprechend machen das wenige, weil es eben alles proprietär ist und nicht quelloffen. Hier zum Beispiel bei der Wii. Auch die soll abgeschaltet werden. Da hat man bloß die Möglichkeit über eine Sicherheitslücke gefunden. Also auch ein Weg, der nicht beabsichtigt ist, weil eben alles geschlossen ist mit DRM-Technologie, geschützt und Kopierschutz und allem Möglichen. Sowas ist aber dann teilweise auch kein vollwertiger Ersatz. Also hier zum Beispiel sieht man, das ist ziemlich eingeschränkt auf bestimmte Konsolen, bestimmte Titel. Das ist jetzt nicht einfach so eine Switch-Lösung von A nach B, sondern da muss man dann schon Nachteile in Kauf nehmen. Das Thema Videospielsterben ist ein allgemeines Problem. Hier gab es mal eine Studie, die hat sich bei 1000 Titeln angeguckt, wie verfügbar sind die. Also als normaler Mensch, wenn ich jetzt ein Spiel, das 15 Jahre alt ist, haben möchte, kriege ich das noch. Die sagen, bei 87% sieht es da schlecht aus, denn klar, ein Gebrauchtmarkt, der hat auch seine Grenzen. Je älter die Titel werden, je weniger Leute haben die dann noch. Das Ganze wird aber eben noch erschwert zum einen von den Urheberichtsgesetzen. Denn wenn ich jetzt eine CD bei mir habe oder DVD, die könnte ich ja ins Internet stellen. Da könnten alle die nutzen nach einem gewissen Zeitalter. Geht leider erst nach, ich glaube, 70 Jahren bei uns in Deutschland. Also ist im Regelfall auch keine Option. Und verkauft werden die Titel ja auch nicht mehr, wenn man die irgendwann aus dem Sortiment nimmt. Dann gibt es bloß noch den Gebrauchtmarkt. Das ist natürlich schwierig für das Kulturgut an sich. Dieser ganze Online-Zwang, der macht es aber nochmal deutlich schlechter. Denn mit dem digitalen Vertrieb, da bleibt ja nicht mal mehr der Gebrauchtmarkt. Hier hatten wir es eben. Nintendo hat ihre Shops hier für Nintendo 3DS und die Wii U, wo wir eben hier diesen Exploit gesehen haben, wo man das Ganze zumindest noch ein bisschen eingeschränkt weiter nutzen kann. Da geht man davon aus, rund 1000 Spiele sind jetzt eben durch die Schließung von diesem Marktplatz weg. Die kann man dort nicht mehr bekommen und halt auch nicht gebraucht irgendwie auf CD, DVD noch kaufen, sondern die sind wirklich weg. Dürfen die das denn überhaupt, was die da treiben, mir so ein Spiel einfach wieder wegnehmen? Das ist ziemlich umstritten und relativ Neuland. Warum? Weil unsere Gesetze kommen ja aus einer Zeit, wo man sowas über physische Medien noch abgedeckt hat. Das war ja bis vor wenigen Jahren noch der Fall. Man hat sich eine DVD gekauft oder CD, da war das Spiel drauf. Und damit hatte ich als Entwickler gar nicht die Möglichkeit, irgendwie das zurückzurufen. Ich konnte den Verkauf einstellen, aber halt nicht das Spiel, von denen die schon gekauft hatten, zurückholen. Deswegen gibt es jetzt verschiedene Initiativen, die da zumindest mal die rechtliche Lage klären möchten. Hier zum Beispiel von einem YouTuber. Der hat sich The Crew zum Anlass genommen, um hier richterlich klären zu lassen, wie sieht es damit aus bei diesen mindestens 12 Millionen Leuten, die es gekauft haben. Darf man das da einfach entziehen? Oder müssen die zumindest den Offline-Modus, den Einzelspieler-Modus wieder bereitstellen? Wer die Piratenpartei verfolgt, der hat vielleicht schon mitbekommen, dass der Patrick Breyer da auch schon etwas gegen unternehmen möchte. Der sieht das kritisch, hat jetzt hier auch The Crew 1 als Anlass genommen, um hier jetzt mal auf EU-Ebene zu klären, wie ist die Lage hier gesetzlich geregelt. Das hier fasst das Ganze nochmal ein bisschen zusammen. Wer möchte hier konkret auf EU-Ebene drei Sachen klären? Einmal ist dieser konkrete Fall, wie sich Ubisoft hier verhält, ist das laut EU-Recht legal? Welche Grenzen gibt es hier? Also muss ich zum Beispiel Online-Server, muss ich die rauspatchen, wenn ich die abschalten möchte, damit das Spiel ohne die immer noch startet? Und wer ist hier zuständig? Also wird interessant, was hier bei der Sache rauskommt. Doch während wir hier noch ziemlich am Anfang stehen, meinem Eindruck nach geht die Industrie schon den nächsten Schritt. Hier hat nämlich Ubisoft mal in einem Interview gesagt, dass es überhaupt nicht gut ist, dass die Leute Computerspiele besitzen wollen, auch wenn es bloß digital ist, aber es ist ja eine dauerhafte Lizenz, das muss man denen austreiben. Sie möchten das Ganze hin in Richtung Abos bewegen, so wie bei Streaming-Anbietern von Musik, Spotify zum Beispiel oder auch Netflix und Co. Und hier sieht man auch schon, warum. Man kann mit Abos natürlich wesentlich mehr durchsetzen, also da ist für die Industrie am längeren Hebel. Per Knopfdruck kann man da jemanden komplett von dem Dienst ausschließen, wenn er nicht mehr bezahlt und der muss eben regelmäßig bezahlen. Da geht der Trend hier ganz klar hin. Immer mehr in Uplay Plus ist hier der Abo-Dienst zum Beispiel von Ubisoft, aber auch von anderen. Das ist jetzt nicht speziell bei Ubisoft. Hier bloß mal am Beispiel, da gibt es jetzt verschiedene Abo-Modelle. Kann man hier mal sich angucken. Für 8 Euro oder für 18 Euro. Natürlich wieder eingeschränkt flexibel, wie man es auch von Microsoft und Co. her kennt. Da sind jetzt eben bestimmte Spiele drin, die sagen hier 50 plus. Der Filter, der sagt hier gerade 45, also stimmt zwar nicht ganz, aber halb bloß die Titel, die man jetzt hier sieht. Wenn ich jetzt irgendeinen anderen möchte, der hier in diesem Premium-Abo nur enthalten ist, da sind jetzt 100 plus, sagen sie, das stimmt tatsächlich, 139. Wenn ich jetzt hier den zum Beispiel möchte, dann habe ich Pech gehabt und muss dafür das teurere Abo nehmen. Also auch wieder auf Dauer ein ziemlich teurer Spaß und eben eine noch größere Abhängigkeit wie beim Kauf. Auch wenn ich jetzt hier Ubisoft stark kritisiere, weil es ja auch in dem Einzelfall um den einen Titel, The Crew, geht, das ist grundsätzlich natürlich auch bei anderen ähnlich. Hier zum Beispiel EA, die haben auch einen Abo-Dienst eingeführt. Das kam ja jetzt so in den letzten Jahren als neue Möglichkeit zum mehr Geld verdienen, haben das viele festgestellt. Hier sieht man, dass das ähnlich aufgebaut. Es gibt einen kleinen für 6 Euro im Monat, einen großen für 17 Euro pro Monat, wo dann eben bestimmte Titel drin sind. Das haben auch noch andere. Also das ist so ein Grundsatzproblem, wo sich eben der Trend hin entwickelt. Natürlich wird dieser längere Hebel zum Geld verdienen auch genutzt. Hier gab es schon die ersten Preiserhöhungen im Abo, wo man auf einmal deutlich mehr bezahlt. Also das ist wie bei Microsoft und Co. Da möchte man euch melken. Hier mal ein kleiner Blick da drauf. Microsoft dringt ja auch stark in Richtung Cloud und Abos. Da hat man jetzt verschiedene Basisabos wie Office 365 meistens, das Office-Paket. Das kostet schon eine Stange Geld, aber es gibt jetzt auch immer mehr Zusatzkomponenten. Das heißt, ich muss jetzt für bestimmte Funktionen nochmal extra Abos abschließen. Zum Beispiel Teams Premium ist so ein Beispiel, dass man halt noch mehr Geld mit den Leuten verdienen kann. Noch zusätzlich zu den normalen Preiserhöhungen. Ja, und weil ja viele noch kein Abo möchten bei Spielen, versucht man halt alternativ den Preis der Spiele, also vom klassischen Kauf, wenn man das noch so nennen kann, der immer mit Online-Zwang kommt, den hier eben höher zu halten. 50 Euro war es früher mal mittlerweile so 60, 70 Euro. Das soll jetzt in ein paar Jahren schon auf 100 Euro hochgehen, damit man da eben auf diesem Wege mehr Geld verdienen kann. Finde ich ziemlich fragwürdig, hauptsächlich, weil der Mehrwert überhaupt nicht passt. Im Gegenteil, es kommen Spiele, und das ist kein Einzelfall, die zum Release komplett kaputt sind, wo man langsames Server hat, wo also gar nichts mehr passt. Dafür sollen wir jetzt mehr Geld bezahlen, vor allem wenn dann noch die Themen mit der Abhängigkeit dazukommen, wie eben schon gezeigt, Online-Zwang kann jederzeit abgeschaltet werden. Da sehe ich nicht, wie es sein kann, dass man hier jetzt auch noch mehr Geld bezahlt. Da müssten wir erstmal auf das vorherige Niveau zurückkommen, wo Spiele zum Marktstart auch spielbar waren und nicht irgendwie, wir liefern irgendwas aus, Hauptsache der Updater funktioniert, dann können wir es in ein paar Wochen oder Monaten später irgendwie grad ziehen. Das kann es nicht sein. Durch das Ganze haben wir zwar mehr Bequemlichkeit bekommen, per Klick kann man sich ein Spiel kaufen, sofort spielen, muss nicht in den Laden gehen, keine DVD einlegen, das alles fällt weg, aber diese Bequemlichkeit hat einen hohen Preis, nämlich wir haben uns zunehmend entmachten lassen und die Versprechen der Hersteller von wegen, ja wir machen da zwar Online-Zwang rein, aber wir kümmern uns dann, die wurden auch nicht eingehalten. Das finde ich ist eine ernsthafte Bedrohung für Computer oder allgemein Videospiele als Kulturgut, denn hier fasst einer schon schön zusammen, wie sieht es da in 20 Jahren aus? Also jetzt haben wir ja schon Spiele, die sind nach allerhöchstens 10 Jahren, sind die weg vom Fenster, die sind verschwunden, da gibt es kein Archiv mehr, kein Nichts, kein Gebrauchtmarkt, das ist für ein Kulturgut schlecht, wenn das so komplett verschwinden kann, uns da keine Möglichkeit gibt, das irgendwie zu archivieren. Ja, da gibt es dafür auch noch keine wirkliche Lösung, wie man das besser machen kann, es kam zwar Plattformen wie zum Beispiel GOG.com, die genau dieses ganze DRM-Zeug nicht mögen, Online-Zwang und so weiter, ist bei denen alles gestrichen, kann man sich hier Spiele kaufen, die eben hier, wir halten Spiele für die Ewigkeit, die man wirklich besitzt und wo nicht ein anderer per Mausklick sagen kann, Server abgeschalten, dann sind die weg. Das finde ich einen guten Anfang, da gibt es auch ein paar Titel, die man durchaus vielleicht kennt, aber ihr merkt schon, das ist nicht für jeden Publisher interessant, weil natürlich sagen die sich nie, wir wollen bei uns lieber eigene Sachen verkaufen mit Online-Zwang, mit allem, weil aus Industriesicht hat das ja Vorteile. Dementsprechend muss man hier Abstriche machen, man wird nicht jeden Titel hier bekommen, daher, das ist so eine Teillösung, die vielleicht für manche funktioniert, aber leider keine wirkliche für alle Titel oder für einen Großteil der Titel. Vielleicht bringen da die Klagen bei Fällen wie zum Beispiel The Crew Neuigkeiten, wie man hier vielleicht auch den Verbraucherschutz rechtlich stärken kann, weil ohne den sehe ich ehrlich gesagt schwarz, also das wird sich von alleine nicht wieder korrigieren. Wir haben den Herstellern den kleinen Finger gereicht und nehmen sich jetzt die ganze Hand, da brauchen wir jetzt gesetzliche Regelungen, um das wieder einigermaßen auf gleiches Niveau zu bringen. Was sagt ihr dazu? Gehört ihr auch zu den ca. 12 Millionen Betroffenen? Wie geht ihr damit um? Schreibt es gerne auf yourlabs.dehens.de oder die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.